Wo ist denn hier das Geschichtsbuch? Sag mal, ich suche die ganze Zeit schon, aber irgendwie in diesen Regalen ist das nicht Geschichte 2010, ja? Hey, du da! Nicht auf die Leiter klettern! Spinnst du oder was? Dann bist du nicht versichert! Oh, 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 okay, 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 Entschuldigung, Madam, Entschuldigung, ich suche hier nur ein Buch, und zwar ein Geschichtsbuch. Alter, was ist denn das für ein Bild? Sag mal, du bist neu hier, was schreist denn du so rum? Hier wollen doch andere Leute lesen! So rumschreien, ich rede doch nur ganz normal, ich suche ein Geschichtsbuch, und zwar ein ganz, ganz altes, anscheinend sollen da irgendwelche Zaubersprüche drinstehen. Also, jetzt drehst du ja völlig ab! Okay, ich bin leise, ja, dann, äh, vielen Dank für gar nichts, Leute, sag mal, also irgendwo muss hier dieses Geschichtsbuch sein, vielleicht hier, ich muss raufklären, ich guck mal ganz kurz, ob sie guckt. Ah, nee, okay, sie guckt nicht, ich muss raufklären, ich glaube, da oben ist das Buch, ja, das könnte, das könnte das da sein, das Rote, seht ihr das? Oh nein, oh Gott, oh nein, die Leiter! Ich glaube, ich habe mich nicht klar ausgedrückt! Du sollst gefällig leise sein! Oh, la, 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 alles gut, oh Gott, nein! Jetzt reicht's! Noch ein Muckschel mit dir passiert genau das gleiche wie mit Barry! Mit Barry? Äh, was ist denn mit Barry passiert? Das verrate ich dir nur, wenn die Leute jetzt sofort ein Like auf dem Video da lassen! Ey, Leute, wenn ihr auch wissen wollt, was mit Barry passiert ist, dann liked bitte mal das Video, ich bin jetzt auch in Zukunft leise, okay, okay, und abonniert den Kanal! Also, ja, die haben geliked, die Leute! Dreh dich mal um, dann siehst du, Barry! Und das gleiche kann ich auch mit dir machen! Hä? Oh, oh mein Gott, Barry! Oh, was sind denn sie für eine? Oh Gott, Leute, was ist denn mit der los? Sag mal, die ist ja völlig durchgedreht! Sagen Sie, sie sind ja völlig verrückt! Okay, erst mal hier oben hoch! Ich bin leise jetzt, ich bin nämlich auch... Was ist denn hier für ein geheimer Raum? Der Hausmeisterraum? Ah, okay, es sind hier vielleicht dieses, hier irgendwo dieses Zauberbuch, sag mal, dieses Geschäftsbuch? Das muss doch hier irgendwo versteckt sein! Oh mein Gott, ein geheimer Bereich von der Bibliothek? Hier wahrscheinlich irgendwo! Reist da oben jemand etwa in meinem Geheimzimmer? Guck mal, hier ist auch so ein Computerraum oder sowas! Ey, Gott sei Dank hat die das da unten noch nicht mitbekommen, dass ich hier in dem Raum bin! Irgendwo hier ist safe dieses Buch, vielleicht hier unterm Computer? Oh Gott, ich mach hier alles kaputt! Ah, ich merk das doch! Da ist jemand in meinem Computerraum! Ah, der hat da nichts zu suchen! Das ist meine Bibliothek! Na warte, der kann das erleben! Ne, da auch nicht! Hm, komisch, Leute, also hier in dem Raum anscheinend nicht! Los, meine Spinnen, auf ihn! Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Hier brennt einfach einmal... Oh mein Gott, eine Spinne, hier brennt auf einmal die ganze Bibliothek ab! Und was ist das denn? Spinnenbeine! Gut, dass ich so einen Hammer habe! Oh, Leute, was ist das denn hier so Spinnen? Oh mein Gott, da ist noch eine... Alter, was ist denn mit denen los? Auf einmal hier ganz viele Spinnen hier in der Bibliothek, oder was? Und auch hier unten... Oh mein Gott, wie viele sind... Wie viele sind hier, wie viele sind hier? Gott sei Dank habe ich so einen Hammer! Schlangen! Kaputt hauen die Spinnen! Alter, die hat einfach so eine Spinne-Armee auf mich geschickt! Aber ich brauche was anderes! Die sind sogar noch so gefressen, ne? Oh mein Gott, und die überlebt einfach alles! Ey, ich muss irgendwo am besten abhauen! Ich brauche irgendwas anderes, um die Spinnen zu besiegen! Aber was am besten? Hier muss doch... Muss ich doch irgendwas finden? Hier! Hier, du Bild! Los, rette mich! Billy, mach was! Mach was hier! Nimm den Feuerlöscher, Billy! Und... Oh Gott, Leute, schnell! Du Hexe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warte mal, da waren so Kartons eben! Habt ihr die gesehen? Da waren so Kartons hier! Da ist doch locker was drin! Ja! Okay, und jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg! Alter, oh mein Gott, Leute! Schnell in den Keller, in den Keller! Alter! Oh Gott! Da oben sind die Spinnen! Oh mein Gott, wie viele Spinnen sind da auf einmal! Jetzt kommen die da alle runter! Ich habe eine Shotgun! Alles gut, ich kann mir hier bestimmt einen Weg nach draußen machen! Oh Gott! Die kommen! Ja! Ich kann mir hier echt einen Weg nach draußen machen! Die kommen! Die kommen! Oh Gott! Oh Gott, Leute! Weg mit dir! Gruselspinnen, nette Spinnen! Alter, haut mal ab hier, Alter! Ich kann hier einfach kaputt schießen! Leute, guckt euch an, wie viele Spinnen hier einfach sind, Alter! Oh mein Gott, alles voll! Und auch hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich muss hier das Tor aufschießen! Oh mein Gott, ich muss das Tor aufschießen, damit ich mit dem Auto hier raus kann, Alter! Immerhin ist hier ja wenigstens ein Auto da vorne in der Garage! Da kommen noch mehr Spinnen und du auch! Das war's mit dir! Hier vorne das Auto nehme ich und dann versuche ich hier abzuhauen! Aber erst mal muss ich den Weg freimachen von den ganzen Spinnen! So, Alter, kommen da noch mehr? Los, du Riesenspinne, jetzt bist du dran! Leute, ich suche hier die ganze Zeit nach dem Schlüssel, aber ich finde ihn nicht vielleicht hier irgendwo in diesem einen Raum drin oder sowas. Irgendwo muss noch der Autoschlüssel dafür sein, sag mal. Ich habe Angst, dass hier noch mehr Spinnen reinkommen. Hallo! Oh mein Gott, was wartet da denn auf mich? Jetzt ist hier so eine Riesenspinne! Oh Gott, hau ab da, du! Du Riesenspinne! Oh Gott, hier ist auch noch eine weg mit der. So, okay, okay, okay. Irgendwo muss der... Oh mein Gott, was ist das für ein Riese? Irgendwo muss hier wirklich der Autoschlüssel sein, damit wir hier ankommen können. Wo ist der vielleicht hier beim Schild? Hier im Raum irgendwo? Hier sind auch so Strenge. Vielleicht ist der Autoschlüssel auch oben, aber guck mal hier diese riesige Spinne an. Wie soll ich an der vorbeikommen mit dem Auto? Ich gehe nach oben. Ich muss mich hier durchkämpfen, den Weg. Alter, die ganze Bibliothek brennt hier schon ab. Alter, und die, die da ihre Spinnarmee ist, aber das war es mit dir und das war es auch mit dir. Oh mein Gott, Leute, die Hexe musste dann... Wow, da kommen direkt noch mehr Spinnen. Die Hexe musste dann glauben, vielleicht hat sie den Autoschlüssel irgendwo. Das sieht gut aus. Ich habe ihn, Leute, sehr schön. Ich habe den Autoschlüssel gefunden bei ihr. Okay, okay, jetzt müssen wir nur noch unten und einsteigen und dann schnell weg hier. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss irgendwie diese Spinne loswerden. Wieso ist die auch viel, viel größer als die andere, Alter? Die hat hier wirklich alles am Start. Hier runter, hier runter, so. Jetzt schnell zum Auto. Da ist noch die andere. Da ist halt auch noch... Oh mein Gott, diese große, weite Spinne, Alter, die ist so hardcore groß, Leute, guck mich die mal an. Oh Gott, weiter, 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 hier durch, hier durch. Alter, wie viel ich hier schon geholt habe. So, Auto aufschließen, Auto aufschließen. Funktioniert das? Ja, okay, das funktioniert. Ich kann einsteigen. Okay, ist an, ist an. Jetzt hier, vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, schnell raus hier. Leute, ich bin endlich zu Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich musste den letzten Meter noch rennen, Alter, aber endlich bin ich zu Hause. Ich würde sagen, erst mal rein und hier schneit es. Also auf jeden Fall auch schön in Weihnachtsstimmung. Josh, 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 du willst nicht wissen, was mit der Bibliothek passiert ist. Wow, fahr mal runter, Alter, was ist denn los, sag mal, was ist denn passiert? Ich war da und hab dieses Geschichtsbuch für dich gesucht, was wir besprochen haben. Aber auf einmal ist die Frau, die da arbeitet, völlig durchgedreht. Oh, haha, ja, die ist doch immer so drauf. Man darf auch bloß nicht zu laut sein. Nein, Josh, du verstehst es nicht. Es geht nicht darum, dass ich zu laut war oder so. Es war auf einmal, hat sie irgendwelche Spinnmonster auf mich losgeschickt oder Riesenspinnen. Oh, haha, Riesenspinnen. Komm, träum weiter. Aber guck dir mal an, wie cool ich unser Haus eingerichtet habe. Josh, ich veräppel dich hier wirklich nicht. Das waren wirklich irgendwelche Riesenspinnen und ja, das Haus ist hübsch eingerichtet. Aber, Alter, der Schneemann nicht, dass der jetzt bald nochmal schmilzt oder sowas. Komm, ich will jetzt nichts mehr hören. Hast du mir wenigstens das Buch mitgebracht? Ich sage doch, die alte Dame, die da arbeitet, die ist völlig durchgedreht. Ich konnte das Buch nicht mehr raussuchen, weil ich weglaufen musste. Da waren wirklich Spinnen überall. Alles klar, ich glaub wohl, er bei dir spinnt ist. Ey, Leute, was soll ich machen? Der glaubt mir einfach nicht. Ey, ihr habt doch alle selber gesehen, dass da überall Spinnen waren. Ich hab keine Ahnung, was ich machen kann, Leute. Der glaubt mir nicht, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen hier am Kamin. Nein, irgendwo hab ich hier auch das Feuerzeug von meiner Oma. So, anmachen und anzünden. Boah, Leute, was für ein gemütlicher Anblick. Oh, was ist denn das? Oh Gott, Leute, ich war nur kurz auf Klopp. Einmal ist der Kamin komplett abgedreht und ich muss hier alles... Oh mein Gott, wo kommt denn die Spinne her? Sag mal, die Riesenspinne. Auf einmal muss ich... Brennt hier der ganze Kamin ab? Sag mal, bei mir zu Hause. Josh, ich hab dir doch gesagt, die sind Spinnen, Alter. Hast du die gesehen? Oh mein Gott, du hast recht. Lauf so schnell du kannst. Leute, guckt euch das an, Alter. Ich glaub's nicht. Haut ab mir hier. Ich muss mit dem Wasserstrahl auf die... Oh mein Gott. Geht weg, geht weg. Ich hab doch irgendwo die Shotgun. Hier, wo ist die? Bam, das war's mit dir. So, nächste Boom und nächste Boom. Alter, Leute. Die riesige Spinne an mir. Alter, wieso kommen hier auf einmal auch so viele? Die greifen mich einfach an. Josh, pass bloß auf dich. Auf deiner Seite sind auch hier... Oh mein Gott. Auf deiner Seite sind auch Spinnen. Alter, wieso kommen hier auf einmal auch so viele? Sag mal. Ich kann's ja gefühlt gar nicht glauben. Aber was soll denn das hier? Überall alles heu mit Spinnen, Leute. Ich muss hier weg. Selbst hier draußen vor der Garage. Zack. Und das war's mit... Alter, ihr haut alle ab. Ich geh ins Auto rein und versuch hier so schnell wie es geht wegzufahren. Lass mein Auto los. Ich bin am Hafen. Oh mein Gott, Leute. Ich konnte die Spinnen irgendwie abhängen. Und jetzt denke ich mir, Spinnen können ja nicht schwimmen, oder? Deswegen müsste ich mir jetzt einfach nur ein Boot nehmen und ab auf die Insel. Oh Gott, oh Gott, Leute. Aber wo kriege ich denn jetzt ein Boot her? Sag mal. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich kann nicht glauben, dass die mich einfach verfolgen, als hätte diese alte Frau in der Bibliothek mich irgendwie verflucht oder sowas. Ey, ich will doch nicht irgendwie so einen Spinnfluch haben. Sag mal. Hier ist alles voll mit Booten. Fahren die auch? Die sind festgemacht. Hm. Vielleicht finde ich hier irgendwo eins. Hier drüben oder sowas. Hier muss doch irgendwo ein Boot für mich sein. Sag mal hier. Warte mal. Das kann ich vielleicht aufknacken. Zack. Ja. Müsste... Müsste gerecht haben, oder? Ne. Geht noch nicht. Aber vielleicht hier durch das... Ja. Durch die Wand daneben. Na, ihr kennt mich, Leute. Wenn ich einen ganz gezielten Gazellensprung mache, dann komme ich hier rum auf den Geheimbereich. Ja. Okay. Und hier finden wir doch locker jetzt ein Boot, oder nicht? Hier muss doch irgendwas Abgesperrtes sein. Irgendein Typ, der jetzt gerade sein Boot da sauber macht. Was ist das denn da? Ist das hier eine Schleuse? Kann man hier... Achte, hier wird das Wasser abgepumpt. Oh mein Gott. Guck mal. Hier ist irgend so ein krasses Unternehmen. Alter. Ist das ein Gym, oder nicht? Aber auch hier fehlt das Boot. Ne, ne, ne. Also wir müssen nochmal weitergucken. Vielleicht da vorne beim Leuchtturm oder sowas. Ich meine, der leuchtet ja auch. Hier. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, wie man Boot fährt und wie sowas funktioniert. Das kann ich, glaube ich, nicht benutzen. Dann vielleicht doch lieber ein Boot, was irgendwo einfach einzeln am Ufer steht, oder so. Vielleicht finden wir sowas hier. Dass hier auch nichts ist. Dass hier auch keine Leute sind. Hm. Anscheinend arbeiten die heute alle nicht. Vielleicht hier beim Kran wird hier was ins Wasser gelassen, oder so. Hier unten irgendwo. Ja. Das sieht gut aus. Das Boot sieht gut aus. Ja. Das Boot ist auch nicht festgemacht. Okay, Leute. Das können wir nehmen. Sehr gut. Jetzt muss ich noch auf meinen Mitbewohner warten. Sag mal, wo bleibt denn der, ey? Die spinnen. Komm langsam. Ich weiß jetzt nicht, ob er es raus geschafft hat, oder ob ich schon losfahren soll. Der muss doch langsam mal. Was, warte mal. Hier war ein Geräusch irgendwie gerade. Da oben war ein Geräusch. Soll ich kurz nachgucken? Nicht, dass da schon Spinnen sind. Oh mein Gott, Leute. Wie viele sind hier wieder. Oh Gott, oh Gott. Die haben mich gefunden. Rüberspringen, rüberspringen. Alter, wie viele Spinnen sind hier. Und auch viele so Riesendinger. Oh, jetzt aber echt schnell ins Boot. Schnell ins Boot. Guck mal, die kommen da nicht durch. Die Kleinen kommen da nur durch. Alter, die machen hier sogar alles kaputt. Schnell ins Boot. Alter, wie viele sind da. Die machen da einfach alles kaputt. Und jetzt weg hier. Ab auf die Insel. Alter. Eine Ewigkeit später, Leute. Ich bin bei der Insel angekommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig. Hier sind keine Spinnen. Und Spinnen können anscheinend auch nicht schwimmen. Deswegen hier ganz kurz anlegen. So. Und an Land gehen. Boah. Ich bin erstmal sicher vor denen, Leute. Ihr wisst nicht, was da für ein Stein vor meinem Herzen fällt. Und die gibt es sogar einfach auch coole kalte Getränke. Hallo. Alter. Okay. Wer seid ihr denn? Hey, was verschlägt dich auf die Insel? Es hört sich vielleicht komisch an. Aber auf dem Festland sind einfach hunderte Spinnen, die mich verfolgen. Spinnen? Haha. Du Angsthose. Hey, was soll das? Sag mal. Ey, glaubt mir doch. Ich hab davon gehört. Hm. Warte mal. Wenn du Spinnen sagst, ich hätte da vielleicht was für dich. Was hast du denn für mich? Äh. Erstmal eine Frage. Sind hier Spinnen auf der Insel? Nein, nein. Keine Sorge. Spinnen können ja nicht schwimmen. Deswegen sind wir hier safe. Okay, super. Und was hast du für mich? Das hörte sich eigentlich interessant an. Ich geb dir das nur, wenn die Leute das Video liken. Ey, Leute. Falls ihr das wirklich noch nicht gemacht habt. Deswegen bitte, bitte. Ihr habt wahrscheinlich, die meisten von euch haben das auf Korrekt schon gemacht. Aber macht das bitte nochmal. Und dann krieg ich hier irgendwas Krasses von ihr. Womit ich angeblich die Spinnen besiegen kann oder so. Okay, hier. Bitteschön. Yo. Vielen Dank. Aber was ist das? Was hab ich hier bekommen, Leute? Das sieht aus, als wär das irgendwie so eine Kanone. Wow. Oh mein Gott. Alter, das ist so eine Laserkanone, Leute. Oh mein Gott, Alter. Guck dir das, Mann. Ich kann... Oh mein Gott. Jetzt brennt hier einfach der Cocktailstand. Nein. Ich kann hier einfach auch so ein Boot einmal ganz kurz in der Mitte durchsäbeln. Ey, damit haben die Spinnen ja mal gar keine Chance, hier irgendwas zu machen. Und jetzt brennt es hier. Gut, dass niemand weiß, dass ich einen Feuerwehrschlauch habe. So. Okay. Und hier auch nochmal. Zack, 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 zack. Alles löschen, Leute. Alles gut. Hier brennt bloß nichts ab. Mein Getränkestern. Das machst du, Idiot. Oh, tut mir wirklich mega leid. Aber... Ja, okay, okay. Leute, jetzt schnell weg hier. Alter, wir sind auf jeden Fall safe hier auf der Insel. Wie krass ist das denn? Spinnen gibt es hier auch nicht. Ey, wie perfekt. Okay. Erstmal in die Hängematte legen. Und eine Runde schlafen. Guten Morgen, Leute. Was sind denn das für Geräusche? Oh mein Gott, Alter. Ich höre auf einmal hier irgendwas durchs Wasser stolzieren. Auf einmal sind hier wieder Spinnen auf der Insel. Oder was? Mir wurde doch gesagt, hier gibt es keine Spinnen. Okay, solange es nur eine ist, mit der werde ich fertig. Jetzt testen wir mal dieses neue Ding aus. Boom. Oh mein Gott. Die haben ja gar keine Chance damit. Guck mal hier. Damit können wir sogar einfach alle beide hier. Zack, 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 zack. Und das war es mit der... Oh. Da sind ja noch mehr da oben. Sag mal. Wie viele kommen denn da noch? Alter. Ich dachte, Spinnen können nicht schwimmen. Oh Gott. Und hier auch nochmal rauf. Oh Gott. Nein. Wir können bei der keinen Schaden machen. Wir können bei der Große einfach keinen Schaden machen mit dem Laser. Ey, Leute. Wir müssen ganz kurz gucken, ob wir die beiden Mädels noch retten können. Oder ob die einfach schon komplett aufgefressen wurden oder sowas. Ein Krebs. Guck mal. Zack. Oh Gott, das war es mit dem Krebs. Alter. Mädels. Oh nein, Leute. Die Spinnen haben die Mädels gefangen genommen. Guck, wie viele hier einfach sind. Haut ab hier, ihr blöden Spinnen. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen abhauen. Wir sind also anscheinend auch nicht auf der Insel sicher. Deswegen zack. Hier mit Bananaboot-Boot weg hier von der Insel. Es bleibt uns nur noch eine Option und das ist Fliegen. Leute, Leute. Ich beeile mich. Der letzte Flug geht in vier Minuten. Der letzte Flug geht in vier Minuten. Oh nein, oh nein. Okay, okay. Ich beeile mich ja schon. Leute, ich bin am Flughafen. Alter, Alter. Ihr könnt nicht glauben, was ich für einen Ritt wieder hinter mir habe. Ich muss schnell ins Flugzeug und dann ganz schnell weg hier. Weil in der Luft können die Spinnen auf gar keinen Fall. Weil die, ich meine, die können ja nicht fliegen. Die können auf gar keinen Fall kommen. So. Durch hier. Lass mich hier durch. Alter. Check-Kontrolle. Ist das alles egal? Alter, oben fliegt sogar schon ein Flugzeug. Okay, wir müssen hier anscheinend noch ganz kurz warten. Das wird gerade noch angedockt. Da oben muss ich rein. Und da eben war eben war oben ein Flugzeug. Ah, nein. Ich bin runtergefallen. Verdammt. Okay, schnell wieder nach oben. Schnell wieder nach oben. Alter, ich kann nicht glauben, dass ich hier wirklich die ganze Zeit auf der Flucht bin. Ich wurde anscheinend wirklich verzaubert oder sowas. Leute. Ich springe hier rein und deshalb... Ja. Oh mein Gott. Ich bin an Bord, Leute. Wie sicher. Okay. Hier gibt es, glaube ich, keine Spinnen. Oder auch nicht oben in den Schrecken. Nee. Das sieht alles gut aus. Ich gucke noch einmal ganz kurz hier im Klo. Hier vorne. Ist hier vielleicht irgendwie eine Spinne? Nee. Alles gut, Leute. Okay, hier sind wir sicher. Jetzt müssen die aber auch langsamer starten. Erstmal hinsetzen und anschnallen. Ich habe es geschafft, Leute. Ich bin im Flugzeug. Alles gut. Wir sind sicher. Die Spinnen unten am Boden können uns hier auf jeden Fall gar nichts mehr. Alter, ich glaube, man darf schon aufstehen. Auf jeden Fall sind die Anzeichen aus. Deswegen alles gut. Alter, wir fliegen einfach schon, Leute. Wie krass ist das? Ich bin im Flugzeug. Die Spinnen können mir ja gar nichts. Oh, das tut gut. Achtung. Hier spricht der Kapitän. Leider wurde uns mitgeteilt, dass sich im hinteren Bereich des Flugzeugs Spinnen ausgebreitet haben. Ich glaube es nicht. Wir haben keine Chance zu landen. Was? Wie Spinnen sind ausgebrochen? Da kann man nicht ein Mann Ruhe hier... Mann, ey. Da kann man nicht ein Mann Ruhe auf Klo gehen. Sag mal. Was ist das denn? Was ist für Spinnen hier hinten ausgebrochen? Haben Sie was gehört, dass hier Spinnen ausgebrochen sind? Also, ich habe hier bisher noch nichts gesehen. Ist doch alles... Oh Gott, Leute. Nein. Die sind wirklich an Bord und die zünden hier auch alles an. Machen sie auf. Machen sie auf. Machen sie auf. Schnelles Klo rein. Schnelles Klo rein. Leute, die zünden... Nein. Die machen hier Feuer, die Spinnen. Die machen hier Feuer. Zumachen. Sag mal. So, hier. Da bin ich sicher. Wo habe ich nochmal hier diesen Laser-Zerschneider? Hier habe ich das Teil. Okay. Und jetzt hier auf die Spinnen rauf. Zack, 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 zack. Alter, Leute. So, das war es mit denen. Und auch du hier. Du kannst auch dran glauben, Leute. Hier ist einfach alles voller Spinnen. Und das Feuer breitet sich immer weiter aus. Und ich sehe doch da... Ich sehe doch da oben am Flugzeug. Nein. Ich sehe doch hier oben am Flugzeug noch mehr Spinnen. Ich mache hier mal ganz kurz ein Loch rein. Dann können wir mal rausgucken. Ist das so schlau, ein Loch im Flugzeug reinzumachen? Wahrscheinlich nicht. Aber, oh mein Gott, es brennt alles, Leute. Keine Chance, hier noch irgendwas zu machen. Ich muss wirklich einen Fallschirm hier schnappen und wegspringen. Hier jetzt selbst auf dem Flugzeug sind hier einfach Spinnen. Alter, wie krass ist das denn, bitte? Ich mache hier am besten mal ein Loch auch in die Seite rein. Vielleicht können wir einen Unterdruck erzeugen, dass die Spinnen rausgezogen werden oder sowas. Alter, das ist doch wirklich alles rot schon hier. Oh mein Gott, das Feuer breitet sich so hart und krass aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann mal ganz kurz mit meiner kleinen Ferngesteuerten Drohne hochfliegen. So, dann gucken wir mal ganz kurz raus hier. Oh mein Gott, da sind selbst Spinnen auf dem Flugzeug drauf, Leute. Wie krass. Und auch hier vorne brennt es einfach, Leute. Wir haben keine Chance, das zu überleben. Die Spinnen machen einfach alles kaputt. Und da hängt schon einer. Oh Gott, oh Gott, Leute. Die Spinnen machen alles kaputt. Wie sollen wir hier rauskommen? Leute, die Spinnen lassen einfach mein Flugzeug abstürzen. Habt ihr eine Idee, wie ich das überleben kann? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Checkt eins von den Videos aus, die ihr hier seht. Guckt sie bis zum Ende an. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like und auch ein Abo da für tägliche Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.